herzlich willkommen zur allerersten episode im jahr 2022 ich hoffe du bist gut ins neue jahr gekommen und 2022 wird genau so schön wie sich diese zahl liest und wie sich diese wie diese zahl aussieht und ich hoffe dass 2022 all deine wünsche und träume in erfüllung gehen die du diese vorgenommen hast und du hörst schon im hintergrund es ist es laufen die mails die mails kommen hier ständig rein es sind eine ganze menge sachen noch zu tun also ich nehme diese episode gerade ende dezember auf weil ich plan gerade so ein bisschen das nächste jahr und ich möchte dich in dieser episode mal so einen kleinen rückblick durch diesen podcast nehmen und dann erzählen welche auswirkungen dieser podcast auf mein leben im jahr 2021 hatte und anschließend verrate ich dir natürlich was du im jahr 2022 von diesem podcast erwarten darfst also genau zu diesem zeitpunkt wo du es jetzt gerade hörst des weiteren werde ich dir erzählen wie das passieren konnte dass der podcast vor von über eine halbe million menschen gehört wurde und wie auch du es schaffst deine potenziellen kunden und kooperationspartner oder deine patienten aufmerksam auf dich zu machen durch die sozialen medien durch instagram facebook ein podcast wie auch immer starten wir mal zuerst mit einem kleinen rückblick in das jahr 2009 da da reisen wir mal jetzt quasi gedanklich ein bisschen zurück am 22 oktober 2009 10 startete der dentalwelt podcast mit der allerersten episode er wurde an dem tag von genau fünf menschen gehört meinem bruder meiner besten freundin meinen beiden eltern und ein damaliger freund und keiner der höhere hatte irgendwas mit der branche zu tun und irgendwann überlegte ich mir mal so ein klares konzept und verbesserte durch das anschaffen von professionellem podcast equipment mal so die auditive qualität also ich habe gemerkt ich muss was tun damit mehr leute diesen podcast hören erst waren fünf episoden online dann waren es zehn episoden und es wurden auch immer mehr gäste eingeladen welche sich dann untereinander die episoden empfohlen haben und sie über die sozialen medien in die welt getragen haben und so kam es dann natürlich dass dann zwei drei leute mehr den podcast gehört haben wir spielen jetzt einfach mal zwei jahre vor also in dieses jahr 2021 naja wir hören es ja gerade 2022 also in das jahr 2021 spulen wir mal vor und im jahr 2021 wenn man mal so überlegt es waren am anfang 2019 fünf hörer kamen rund 40 neue episoden dazu welche allein in diesem jahr von 367.842 menschen gehört wurden das sind aktuelle statistiken von jetzt ende dezember und als ich das gesehen habe dachte ich mir so krass es haben erst fünf leute gehört so und von 2019 bis 2021 und die quatsch das war zwar nur 2021 wurden es von über 360.000 menschen gehört von irgendwo auf der ganzen welt weil der podcast kann ja auf verschiedenen plattformen gehört werden abonniert werden vielleicht hörst du ihn gerade bei apple podcast bei spotify bei google podcast oder bei amazon podcast oder auf was auch immer für ein podcast und ich möchte mich natürlich an dieser stelle auch mal bei dir bedanken dass du vielleicht seit den ersten tagen dabei bist oder gerade dazu gekommen bist und hier in diesem podcast zuhörst im jahr 2021 erhöhte sich die abonnentenzahl auf die plattform verteilt natürlich laut statistiken um 44.358 menschen auf 69.791 menschen das ist eine ganze menge das muss man sich mal auf der zunge zergehen lassen dafür dass wir eine ganz ganz kleine branche sind das führte dazu dass der dentalwelt podcast seit der allerersten episode 2019 oktober 2019 von stand heute ende dezember von 511.888 menschen aufgerufen wurde klar man weiß natürlich nicht wer das hat hat das nur jemand aufgerufen wurde es zu ende gehört wurde es nur bis zur mitte gehört da gibt es noch mal weiter tiefer gehende statistiken aber über eine halbe million menschen haben irgendwann mal diesen podcast aufgemacht und ich das ist ein echt komisches gefühl wenn ich ehrlich bin wenn man sich das mal so ansieht und merkt so hey über eine halbe million menschen haben schon mal irgendwie deine stimme oder von interview gästen gehört absolut wahnsinn und ich bin unglaublich dankbar dass dieser podcast mittlerweile so viele menschen erreicht hat und ich erzähle dir das nicht um zu prahlen oder dir zu zeigen wie dieser wie toll dieser podcast ist sondern weil ich der festen überzeugung bin dass du das mindestens genauso gut hinbekommst deine zielgruppe anzusprechen wenn nicht sogar besser also über die sozialen medien und so weiter ich gebe dir später natürlich noch eine ganze menge tipps zu also fünf genau fünf um genau zu sein so es kamen laufe der zeit episoden online in der ich aus meiner sicht als handtechniker meister themen wie wak werte erklärte es wurden experteninterviews veröffentlicht es kamen lockdown specials online immer mit dem hintergedanken die experten dieser branche nach außen zu tragen welche die dentalwelt zu einem besseren ort machen menschen die werte wie ehrlichkeit nächsten liebe aufrichtigkeit vertreten das übrigens auch für mich werte die 2022 wieder stark leben möchte statt die ellenbogen auszufahren und niemandem etwas zu gönnen vielleicht kennst du das irgendwo aus der branche warum weil ich selbst viel ungerechtigkeit erfahren habe und meine kraft daraus ziehe andere menschen weiterzubringen und meine kleine dentalwelt oder mittlerweile eine dentalwelt die von einer halben million leute gehört wurde ein wenig zu verbessern mein anspruch an diesen podcast war nie eine halbe million zuhörer zu bekommen sondern die richtigen menschen dieser branche die es verdient haben gehört zu werden in die öffentlichkeit zu tragen das spricht sich dann natürlich auch um und hat reale auswirkungen auf meine gegenwart gehabt lass mich dir gerne noch ein bisschen von der gegenwart erzählen bevor wir gleich in die zukunft gehen was du 2022 so von diesem podcast erfahren kannst erwarten kannst oder auch bevor wir in die effektiven tipps gehen wie du deine leute deine hörerschaft erreichst lass mich dir gerne ein bisschen davon erzählen damit du nachher verstehst warum du unbedingt in den sozialen medien vertreten sein solltest das wirst du wahrscheinlich sein weil so kommen die leute üblicherweise auf den podcast seit es den podcast gibt also 2019 sind einige dinge passiert zum beispiel habe ich petra und alex von der potzenspanglerei in garmisch-kelten gelernt wir waren in dort und sushi essen haben uns dann verschätzen und lieben gelernt und monate später bin ich dann irgendwann nach bayern gezogen um in deren externen labor als zahntechniker meister zu arbeiten ich mache dann nach wie vor einen ganz normalen job so und mache das was zahntechniker meister halt so machen zahnersatz und so weiter ohne bewerbung aber dafür mit viel vertrauen das alleine war eine sache wo ich dachte krass ohne die sozialen medien wäre diese ganze dieses ganze konstrukt niemals oder vielleicht später oder keine ahnung oder ich weiß es ja nicht niemals stattgefunden weil einfach diese kommunikationswege und dieses netzwerk viel schnelllebiger geworden ist die sozialen medien sind ein richtiges netzwerk was du nicht unterschätzen darfst lass mich dir mal ein kleineres ein weiteres beispiel geben durch die sozialen medien und den podcast habe ich zum beispiel eine zahnärztin in zürich kennengelernt damals welche die nachfrage für ein labor hatte um eine bestimmte schienart herzustellen ich habe mich informiert bei wem ich am meisten lernen kann und so landete ich dann quasi beim entwickler dieses geräts und habe persönlich bei ihm im labor lernen dürfen ich durfte monatelang lernen wie man das ganze herstellt wie das ganze gerät zu bedienen ist und so weiter und ich kann auch nicht oft genug sagen wie dankbar ich diesen menschen bin dass ich bei ihm lernen durfte und dass der zum beispiel mir die tochter vorgestellt hat das ist übrigens der der gründer von fundamental fortbildungs akademie old fortbildungsgesellschaft seit 1991 und dieses unternehmen wurde irgendwann an dr farina blattner übergeben beziehungsweise auch an den peter und an den christian natürlich die darf man auch nicht jetzt vergessen zu erwähnen die sind ja mit die geschäftsführer und wir haben uns dann alle an einen tisch gesetzt und uns gegenseitig vorgestellt also wir haben uns kennengelernt und das alles ist irgendwie durch die sozialen medien entstanden weil ich halt auch so recherchiert habe was ist das für ein unternehmen wo ist das unternehmen ansässig und so weiter und wieder zum beispiel ohne social media wäre das alles nie passiert und ich gebe dir natürlich später auch noch tipps wie all sowas entstehen konnte oder entstehen kann so lange rede kurzer sinn wir haben uns dann im fundamental im mittlerweile remscheid getroffen die farina der wolfgang arnold und ich und irgendwann haben wir uns auch total schätzen und lieben gelernt und ich durfte auf dem dental power day 2021 von fundamental mit meinem wissen über die authentische außendarstellung in den sozialen medien bereichern ich durfte vor rund 100 menschen aus dieser branche sprechen eine stunde vortrag netzwerken eine geile veranstaltung und ich stand mitten auf der bühne ich miguel ich war mal auf der hauptschule just saying früher als ich 18 war niemals damit gerechnet dass ich mal vor 100 menschen spreche weil für mich persönlich ist es auch jetzt immer noch nicht greifbar denn mit so 16 jahren war ich extrem schüchtern ich hatte lange schwarze Haare ich wurde in der schule gemobbt und von einer größeren menschenmenge zu sprechen war für mich ein absoluter horror gedanke also an dieser stelle vielleicht auch nochmal ein riesen danke an fundamental dass ihr mir diese möglichkeit gegeben habt persönlich zu wachsen und mich dieser herausforderung zu stellen durch die sozialen medien und den podcast ist ein richtiges netzwerk ein offline netzwerk auch entstanden was dazu geführt hat dass ich jetzt 2022 also dieses jahr einige geschäftsführer in diesem format interviewen darf bei denen ich mich früher als angestellter beworben hätte das ist total krass und ich bin unglaublich dankbar und demütig für diese möglichkeiten diese menschen hier in dieses format einladen zu dürfen weil die menschen von sich aus mittlerweile zu mir kommen und sagen hey lass uns mal zusammen quatschen du hast ein paar leute die sich dafür interessieren könnten und ich checke dann immer so ein bisschen ab können die leute in das format passen und ich darf jetzt eine ganze menge coole leute in dieses format einladen ich erzähle natürlich später noch ein bisschen mehr dazu ich könnte jetzt stundenlang weitere solche beispiele nennen warum die sozialen medien gold wert sind sei es youtube als video plattform ein podcast als audio plattform oder instagram für schnelle kurzfristige kommunikation es geht immer um die kommunikation zwischen menschen um mehr wert um problemlösungen der mehr wert und die problemlösung von diesem podcast ist es authentische menschen in die außendarstellung zu bringen der podcast stellt menschen vor die sich selbst ihr unternehmen ihre produkte und dienstleistungen vorstellen welche dann wiederum die probleme anderer menschen lösen sei es eine software für die praxisorganisation eine schiene die gegen kopfschmerzen hilft oder einfach eine inspirierende geschichte von zum beispiel studenten lehrlingen die menschen dieser branche mut machen zurzeit ist ende des jahres und zurzeit zwischen weihnachten und neujahr nutze ich gerne um das vergangene jahr zu reflektieren und auch ein bisschen das kommende jahr zu planen natürlich in dem maß in dem man sachen planen kann es passieren immer dinge die nicht vorhersehbar sind mir ist immer wichtig dass ich dinge nicht dem zufall überlasse und jetzt möchte ich dir gerne zum einen erzählen was 2022 alles so ansteht und danach wie du es natürlich auch schaffst online für aufmerksamkeit zu sorgen um deine kunden und kooperationspartner für dich zu begeistern natürlich kann ich dir jetzt keine stunde inhalt dazu aufnehmen da die episode sonst den rahmen sprengen würde aber ich versuche dir die besten fünf tipps kurz und knackig runterzubrechen wie du schaffst online kunden und kooperationspartner für dich zu gewinnen zuerst einmal aber eine kleine vorschau was 2022 so auf dich zukommt da du ja mittlerweile weißt dass mein anspruch für diesen podcast ist möglichst vielen menschen einen mehrwert zu bieten ist es von januar oder ist von januar bis april eine fachspezifische sonderstaffel zum thema implantologie geplant es wird nach wie vor weitere interviews geben zu anderen themen die nichts mit implantaten zu tun haben aber die implantatspecials wirst du auch am logo des podcastes erkennen das wirst du dann sehen das steht dann drauf so implantatspezial und so das siehst du dann an dem logo wenn du jetzt dich für das thema implantologie oder menschen die dich mit diesem thema auseinandersetzen interessierst aber warum denn ein fachspezifisches thema ganz einfach weil hier nur fachspezifische menschen zuhören zahnärzte zahntechniker praxismanager und so weiter und natürlich auch wenn ich praxismanager sage meine ich auch immer das weibliche pendant klar es gibt in diesem podcast möglichst viele oder sehr viele episoden über persönliche geschichten wie menschen dahin gekommen sind was sie so machen und so weiter aber ich würde gerne so ein bisschen etwas fachliches mit reinnehmen weil auch die nachfrage da ist sich sowas anzuhören ich möchte euch als hörern die möglichkeit bieten so viel wie möglich über implantate zu lernen wie geht und ich lade euch dafür experten auf dem jeweiligen gebiet ein so starten wir diese reihe beispielsweise nächste woche von heute gesehen mit einer zahnherzchen die erstmal grundlegend über zahnimplantate redet wie das ganze aussieht welche unterschiede es gibt und so weiter darauf bauen wir dann die episoden auf es kommen zum beispiel episoden dazu wie du ein guter implantologe wirst und woher du dein wissen bekommst welche verschiedenen hersteller es von implantaten so gibt und wie implantate vielleicht auch hergestellt werden woher man implantate überhaupt bekommt und wie die vertriebswege in der zukunft aussehen könnten mal so ein kleines off topic mark zuckerberg der gründer von facebook arbeitet gerade an einer virtuellen augmented reality world eine virtuelle welt die der analogen welt gleicht in der du demnächst auch deine kunden und kooperationspartnern mit deinem eigenen virtuellen avatar auf der ganzen welt treffen kannst das ist total krass und das wird sich glaube ich auch noch extrem weiterentwickeln du kannst dann zum beispiel tischtennis spielen oder was man sonst so treiben kann das ganze wird sich dein metaverse nennen du kannst dich gerne mal darüber informieren wenn du möchtest und ich glaube ich persönlich glaube dass spätestens dann auch das thema kryptowährung eine ernstzunehmende sache wird ok kommen wir wieder zurück zum thema allein das platzieren von werbung zum beispiel wird die weltmarktwirtschaft dort extrem beeinflussen ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen oder ob wir das gut finden oder ob wir es nicht gut finden die digitale welt die virtuelle welt die wird sich immer weiterentwickeln und wir können selbst entscheiden ob wir das mitmachen oder ob wir das nicht mitmachen aber es wird passieren weil es immer menschen gibt die da viel geld reinstecken werden und die da auch bock drauf haben und vielleicht treffen sich die hörer demnächst von diesem podcast in der zukunft virtuell gemeinsam mit mir an einem gemütlichen kaffee irgendwo in new york oder in paris wir trinken zusammen kaffee und nehmen dort einen podcast auf und vielleicht könnt ihr sogar live zuhören und euch live mit so einem avatar einschalten ich bin echt gespannt was da noch draus wird und dann sitzen wir vielleicht alle mit unserer vr brille zu hause und können uns trotzdem sehen ich glaube das wird richtig cool die digitale welt verändert sich aktuell stark weiter und deshalb stelle ich dir auch die aktuellsten techniken verfahren händler zukunftspläne von unternehmen in diesem podcast vor erstmal in bezug auf die implantologie und später dann auf weitere fachliche themen natürlich immer noch in kombination mit den interviews die so oder so online kommen mit menschen die ein bisschen von sich in dem unternehmen erzählen wie die dazu gekommen sind das so zu machen weil ich einfach diese geschichten super spannend finde also bis april sind über 10 episoden mit experten aus dem bereich der implantologie vorgesehen darauf darfst du dich natürlich jetzt schon freuen und ich habe dir versprochen dass ich dir noch fünf tipps mit auf den weg gebe wie du es schaffst online in den sozialen medien zum beispiel kunden und kooperationspartner für dich zu begeistern du wirst es sicher schon arm der erste tipp und das wort wirst du mit sicherheit schon tausend mal gehört haben das wort ist echt wirklich ausgelutscht der erste tipp ist sei authentisch authentisch zu sein bedeutet nicht ohne rücksicht auf verluste gute sowie schlechte angewohnheiten auszuleben sondern bewusst darüber zu entscheiden welches verhalten du aktuell an den tag legst sei dir darüber im klaren wer du bist und wofür du stehst oder wofür du auch nicht stehst aber bleib dabei immer respektvoll es hat noch nie jemanden in der persönlichen entwicklung weitergebracht wenn man immer das tut was alle anderen machen also sei du selbst sei dir deinen eigenen werte bewusst und stehe auch dazu aber sei dir immer im klaren dass du andere menschen dabei respektvoll behandelst der allererste und für mich einer der wichtigsten tipps der zweite tipps der zweite tipp nicht tipps sei dir darüber im klaren welche probleme du von menschen lösen kannst und auch welchen wert deine lösung für andere menschen hat sei dir auch nicht zu schade den entsprechenden preis dafür aufzurufen denn deine lebenszeit ist unbezahlbar je größer das problem ist dass du löst desto mehr wirst du auch als experte wahrgenommen daher ist zum beispiel auch eine behandlung bei einem lung- oder herzfacharzt experten auch teurer als beim erstbesuch von einem allgemeinen mediziner der dritte punkt kenn deine zielgruppe genau welche menschen in welchem alter in welcher region mit welchen gewohnheiten und hobbys interessieren sich für deine produkte und dienstleistungen ein 14 jähriger wird selten ein implantat benötigen und ein 50 jähriger mensch selten eine zahnspange natürlich mit ausnahme es gibt immer dunkel und hell schwarzen weiß mann und frau es gibt immer beide seiten beide menschen halten sich auf verschiedene plattformen auf junge menschen eher bei tiktok ältere menschen eher bei facebook wenn du deine zielgruppe kennst kannst du deine inhalte erstellen um das problembewusstsein anzusprechen und deine lösung als experte anzubieten was uns zum vierten punkt bringt schaffe ein problembewusstsein und biete deine lösung als experte an du bist experte im bereich cmd dann positioniere dich bitte auch genauso natürlich kannst du auch jedes weitere beispiel nutzen erstelle inhalte welche das problembewusstsein deiner zielgruppe anspricht und biete ihnen deine lösung an stell klar dass du der experte in dem bereich bist aber achte darauf es macht einen unterschied ob menschen für dich sprechen und sagen dass du der experte bist zum beispiel holst du dir testimonials oder meinungen von anderen leuten an dem das auflädst ist hoch oder ob du diese inhalte selbst nach außen trägst und ob du dich selbst als experte bezeichnest das macht einen unterschied und den letzten den fünften tipp den ich für dich habe sei nahbar und erreichbar nicht ständig erreichbar das ist nämlich manchmal auch ein problem in den sozialen medien aber antworte den menschen die mit dir in kontakt treten oder treten möchten auch wenn es nur scheinbar ein banaler kommentar ist unter einem bild die menschen suchen den kontakt zu dir und wollen deinen kontakt respektiere bitte die aufmerksamkeit der menschen und gib ihnen ein gutes gefühl biete kostenlose erstgespräche an lern die menschen aufrichtig und ehrlich kennen lade sie in deine praxis ein in dein büro lern die menschen wirklich kennen interessiere dich mal aufrichtig für die menschen das ist so der fünfte tipp den ich dir geben kann um in die sozialen medien die richtigen menschen zu erreichen ich bin soweit am ende mit dieser episode und danke dir für deine zeit hier im podcast abonniere ihn auch gerne auf den verschiedenen plattformen auf denen du den jetzt gerade hörst oder wo du es am liebsten hörst trag den podcast gerne in die sozialen medien und alle kürzesten zugangspunkte zu mir falls du vielleicht selbst mal zu gast hier im podcast sein möchtest findest du in der podcast beschreibung und das würde ich sagen ich wünsche dir einen mega coolen start in 2022 freue dich auf die ja nächsten vier monate gefüllt mit implantologischen spezialepisoden von experten und danke dass du dabei bist dass du den podcast abonniert hast und bis bald burniert hast viel zurück vor mich im Depois b bis bald bis bald bis bald bis bald Vielen Dank. Vielen Dank.